Ich hab... Was kannst du denn? Er ist oben drauf mit einer SNFB Bumbe weg! Da kann ich! Mach einer was weg! Jawohl! Oh, du bist tot! Bumbe liegt bei mir! Geil! Piggy, Piggy! Kauf du schon was? Äh, ich kauf mir... ...den Rücken, ich pass! Hey, so schlecht ist der Pass nicht! Der Pass ist gut! Die Leute, die das spielen nicht! Doch, die sind auch gut! Leider! Aber nicht für uns! Jungs, das meine ich! Die sind nicht gut für uns! Juhu, A-Rush! Äh, B? Nee! Jetzt sehe ich anders! Okay, der eine hat einen Band-Rush gemacht! Ja, der läuft mit Knife rum! Also... Naja... Ich glaube hier oben, ne? Die kommen von oben gleich, Janik! Oh, nö! Come on! Dann küsst doch! Da kommt noch einer! Ja, Sven, ich habe meine Kills für diese Halbserie geschafft! Das machst du! Aber nicht mit der USP! Jetzt habe ich schon... Jetzt habe ich schon ein Viertel von den Kills für gerade! Hast du nur 4 Kills? Ja! Echt? Oha! Habe ich auch gefallen! Ja, Gott sei Dank! Ich verstehe schon, warum du Sven gefragt hast, oder nicht mich? Ja, deswegen, deswegen, deswegen! Ja, genau! Ja, aber wann habe ich Sven gefragt? Was hab ich Sven gefragt? Äh, aber ich hab auf CS Haupt! Ah, ja gut! Ich verstehe das schon! Aber ich dachte, du hättest der nicht auch gefragt, ne? Nee, nee! Ich verstehe warum! Pommes! 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 Ah! Biss auf! Ah! Biss auf! Biss auf! Biss auf! Biss auf! Biss auf! Okay, Oran spiel jetzt schon mit Negif! Wörter Bock! Wörter Bock, ne! Boah, ich hab' nichts gesagt! Guck gut! Ja, alter! Wörterock! Wo Konklus ist? Ich hab nie, ich sag nix mehr. Blub bei F, Jogi, wir sehen, wie hoch die Zahl für meine Start-Track ist. Ich hoffe, ich kaufe auch gleich mit Negaf. Negaf ist so... Herr Sodik ist ja schon wieder hier drin. Guck mal, es geht ja in der Team, Herr Sodik ist schon wieder hier. Äh, tatsächlich. Aber über ihm, ne? Das ist irgendwie schon. Aber trotzdem. Und das mit der Negaf. Ne, jetzt, krass. Ah, ich hab jetzt... Ah, scheiße, kein Geld. Was willst du denn? Fein? Wir fehlen genau 100. Hätte ich die andere auf, wär's gut. Ich kann nicht kaufen, ich kann nicht kaufen. Nee. Ja, nee. Kost, 1,4, alles gut. Aber du hast mir jetzt was zugeworfen. Ich eh nicht mit meiner Waffe treffen, sonst ist das egal. Also du bist ganz... Ah, nee, nicht mehr. Okay. Ey, aber ich hab einen... Okay, Mann, ja. Kannst du nicht sagen, hier, ich bin krass. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Hedi, Orang-U-Ton. Du schreibst die ersten drei Worte. Ich bin tot. Ey, komm, Mann. Hedi, Orang-U-Ton. Oh, hoppala, runtergefallen. Hallo? Egal, wir haben noch Negif-Boy. Negif-Boy ist es! Nichts von dir! Nein, Negif! Nein! Außen! Ja, auch unser Spawner. Der wird schon nach oben kommen. Nein! Oder? Nein, der wird in der Saaransprung. Halt, stopp. Wow! Du weißt, glaub ich, den anderen in die Arme. Aber egal. Aua! Ist doch egal, womit ich sterbe. Der Orang-U-Ton hat die auch noch geholt. Krasse Abfall. Was soll ich dir legen? Was? Was soll ich dir legen? Ich hab dich nur genug Geld. Brauchst du was? Nee, nee, ich treffe ja nicht mehr. Nee, nee, ich bin durch. Soll ich mir eine AWP kaufen? Ich hab auch Geld. Wie sollst du so viel Geld? Weil ich halt eben nicht ausgegeben hab. Weil es halt, äh... Ja, nehmen wir einfach drauf. Nur, dass ich überall durch, ey. Ja. Das... Was denn? Alter, außen! Ja, guck mal. Ich glaub A wird es wieder, oder? Kann es sein? Jawohl! Dankeschön! Oder wird es doch B? Ein anderer obendrauf. Was heißt obendrauf? Ein bisschen Tank, oder was auch immer das sein soll. Ah, okay. Okay, Bombe liegt auf dem Weg zu B, glaub ich. Alter, Yannick, du hast mich in Acht gerettet. Huh! Und was sind die? Ich hab keine Ahnung. Bei mir hab ich keine Steps. Also, Tänis. Haben die die Bombe schon wieder? Ja. Da. Einer ist auf A. Wo A? Bombe ist A, oder? Hier. Okay, Yannick A. Woher jetzt soll er nach A hin, oder geht er jetzt wieder nach B? Bombe ist bei mir. Alter, auf der! Wo war der? B, A, hier. Genau da bei dem Tankstar. A. A Spot. Also, auf Hörbombe ist. A. Zehn Sekunden. Musst du verteidigen. Du musst ja eigentlich nur verstecken, die drei Sekunden. Ja! Nicht stemmen, nicht stemmen, nicht stemmen. Du brauchst die Affe! Du brauchst die Affe! Nein! Der ist ja so gepusht wahrscheinlich. Bester Spieler! Weißt du warum? Weil einer in meine Brandkarnate reingelaufen ist. Mhm. Ja, ich hab' nicht grad'n Ace gemacht? Ich hab' keinen Ace gemacht, ne? Nein, der ist bis zur alte Tite. Kann sein. Ja, ich hab' auf jeden Fall von den Arsch gerettet. Ich wär' easy peasy gestorben. Ich hab' einen von hinten genommen und einen mit der Brand. Ich bin krass. Den, den von hinten genommen hast, den hast du mir gerettet, oder so. Ja. Das hat nicht gut ausgesehen für mich. Hier, einer geht in... Einer ist in Wend rein. Oh mein Gott. Okay, blind, 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 blind. Und da schießt direkt auf mich! Diese Sau! Thomas! Was? Alter Mann, für ne Arschloch! Geh in die Schäden aber raus! Alter Mann, für ne Arschloch! Wer hat was gegen Rettner? Wer schrittet bei mir, Sven? Ja! Oh lol! Ah! Achso, woran hat er denn noch ein? Einer ist bei A! Da, wo der Typ mich halt eben geholt hat. Wurde grad eben herkommen, ganz am Ende. Aber ich bin noch A! Wo bei A! Vier gegen Eingang gut! Ah, das ist der Hacker! Kippo! Hacker! Ja! Okay! Ne, der Krasse! Sven, ey! Ja, das ist Piggy! Gegen Piggy hab ich keine Chance! Ja, aber du hast nochmal anders hingeguckt! Erstens, ich hab keinen Steps gehört! Zweitens, ich wollt mich grade hin drehen! Und drittens... Ich hab das noch gesehen! Aber ich bin vorher dein Auge hochgefallen! Ne, das hab ich nicht gesehen! Ja, wieso nicht? Ja, weil ich dann in dem Moment nicht hingeguckt hab! Ich hab jetzt schon drei Kicks mehr jetzt gerade! Aber Leute! Ich hab jetzt zwei Sterne bekommen! Aber dieser Turnip hat mich im Warm-Up so weggemacht die ganze Zeit! Und jetzt trifft er gar nichts mehr auf einmal! Ich versteh's nicht! Also! Jetzt hat der Heck ausgemacht! Er wollte nur zeigen, wenn wir in Führung gehen, dann macht er wieder an! Ah, ja! Also wenn wir die Runde jetzt hier gewinnen, hab ich zwei Sterne! Dann brauch ich noch drei, dann hab ich einen Joint-Skill! Einer ist schon in Band reingegangen! Richtung B! Bombe liegt da! Gut, die A war's außen! Ich hör irgendwas Richtung B! Sven, kannst du auf den Wend hier achten bei mir? Ich bin gar nicht bei dir! Achso, du bist gar nicht bei dir! Ah, da ist auch jemand! Ah, da ist auch jemand! Und hier aber auch jemand! Ich kann mir noch bei B rum! In den Gang von B! Das ist einmal drin! Hier war auch einer! Okay! Diese AFP ist außen! Das ist der letzte! Okay! Also Bombe liegt auch hier! Achso, du bist das! Komm, dann! Ich bin da hinten! Hier! Hierher! Sven, mach ihn! Los! Ey, Mann! Durch die Wand! Ist klar! Wir haben liegen gewonnen! Ja, der Typ ist aber der einzige überhaupt irgendwas zu gehen! 16 Kills in 6 Runden! Ja, gut! Das ist fast durchschnitt 3 Kills pro Runde! Du! Ich hab null Kills! Ja, aber ist das normal in dem Rang? Also, also eigentlich nicht, oder? Ich weiß das nicht! Welchen Rang? Generell in Ranked! Oh, Echo und ich hab eine AWP gekauft, aus Versehen! Hoppula! Ich hab eine MP5 gekauft! Ich hab eine MP5 gekauft! Wollt ihr wieder waschen? Ja, natürlich waschen wir wieder beim Band! Ja, Band! Ja! Könnt ihr mal gegenwaschen! Das springt immer rein! Mann, ich kann nicht! Ich schicke ihn an! Und einer ist oben auf Tanks! Ist ihr weg! Alter, mein Aim heute! Teufelnd! Die letzte Male waren besser! Die Runde davor, da war auch heute! Ich schicke ihn an! Ich hab jeden von denen gehitmet! Das ist ein fucking Witz! Und den hab ich noch nicht gesehen, der Typ! Er hat keine Muni mehr! Ja, mit dem Messer! Er hat keine Muni mehr gehabt! Er hat keine Muni mehr! Ja! Wo ist er denn in Ecke stellen? Kein Geld! Sven, ey! Ich mach Echo! Oh, oh! Ich hab grad Schild gekauft! Du hast auch noch zwei, neun! Er hatte gerade drei, neun! Er hatte gerade drei, neun! Achso! Er hat sogar vier, eins! Ne, vier, 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 drei hatte ich sogar! Was hast du denn noch gekauft? Achso! Zu den Scheffer! Komm, Sven! Wir machen beide O! Beide O! Okay! Wir machen's jetzt wild! Natürlich! Ich muss dran glauben! Auf A-Spot! Auf A-Spot! Auf A-Spot! Auf A-Spot, nicht die Bombe! hier! Einer ist vor, vor... öffnen, außen, kurz davor! Ja! Da, ja! Mh! Und direkt! Keine Schnürf! Ich... der... ich treffe jetzt, hoffentlich! die gilgige ich glaube ja wie das frei im instant haben es noch von den awp irgendwie wegkommen aber der hat ja so funktioniert safe genug geld und sie sich nächsten drei apps zu kaufen das ist das problem bestimmt ja jetzt wieder weg aus einem ist einfach weg raschen er kann es ja nicht alle holen die aufhörer bis ihr schießt silent team politiker ich bin ja heiß über uns oder rechts hinter den container auch noch belastend wir müssen von dieser alp irgendwie kommt ja ich mache mit okay 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 P90 Zug. Mach mal den anderen Guy fertig mit so einer AWP. Der Pommes Guy ist ein Scheißluck. Da haben wir die Bombe auf Asportanen, das ist ja immer noch. Das ist ja okay. Geil! Du duuut! Pommes Guy! Wo bist du? Pommes Guy! Da waren zwei! Da war ja nichts mit den Pommes Guy. Ja, die Aveston. Geil! Also war es eigentlich doch auch Vollgasmen. Ja, also, ja. Was noch mal machen? Nochmal? Okay. Geil. Dann haben wir mal eine Vollgasmen. Guti. Was ist LEM für den Rang? LEM? Äh... LEM. Das ist der dritthöchste. Ach, das war der vor zwei Jahren. Ah, ja. Seine Mama. Wie ist der? Wie ist der? Also Sven Flisch. Oh! Ich wollte die Tür mal angucken. Was ist da? Wend Guy! Ich hoffe, es ist ein B. Wend Guy! Ja, Svenny! Jaaa! Ich hab den Wend Guy gemacht! Hinter... Hier bei... Dings... Ich... Weiß nicht. Wie heißt das da? Hinter Pommes, die Halle. Der andere Gang. Hinter den roten Kisten. Jetzt links und der hat dann auch wieder. Oder auch nicht. Ah, da war einer. Das war's. Und links? Wenn wir's die Tür... Oh, renn! Wo? Wo war denn? 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 Oh, oh! Warte. Warte. Wetter klappen können. Jo, als du getötet hast, war rechts. On spot war... stand jemand. Okay, was... Was machen wir? Janik, was kaufen wir? Ich hab da gleich... Ich mach da gleich nochmal. P90 Action, okay. Ja. Irgendwas anderes kann ich bald nicht. Peng Peng Peng! Und so kack ist das, Sven. Machen wir jetzt über B, Sven. Okay, über B. Und dann lieber B weg und dann noch mit dem Ding. Gut. 94 zu. Ihr Flash rein. Man, ich hab beide so... Och, Mann. Oh, ich hab beide so angeschossen. Warte, du bist wein? Null! Warte, du bist wein? Warte, du bist wein? Null! Warte, du bist wein? Warte, du bist wein? Ja, der eine wirst halt wieder außen sein, oder? Wie gut. Wir wöhnen haben. Warte, du wirst du wieder zu. Mach die Tür wieder zu? Geil. Seitdem gut so zu läuft. GnX, Sven und dann auf 3, was hast du wieder drauf. Ist mein Ek okay so, oder? Ich weiß es noch nicht. ist nicht der der ja ich dachte zwar in der erste herr war dass das wenn oder namen drüber war aber also ich habe dann nicht spielen aber gut ja noch mal den 94 zu genau also bleibt es dieser kreis ist ziemlich präzise aber nicht so präzise wie die m4 wenn ich jetzt spray damit bleibt also ist der rote noch drauf ja aber ich würde lieber einzeln schuss machen wir machen obendrauf mit der rote der brot ist tot so wie bei mir ich habe noch ein hp leute verstärkung sei auch ein tank und denkt 4 gegen 1 gar kein Problem. Oh Gott. Müsst du in deine Ecke schon? Okay. Dann musst du oben... Egal. Nimm meine P90! Nimm meine! Nimm meine jetzt! Jaaaa! Jetzt kommt ein Ace von Zellen mit P90. Ja die ist schon traurig, dass die von P90 hier fertig gemacht werden, wa? Zellen nochmal. Ja okay, komm. Damit rechnen die nicht. Okay. Der beste Spieler Sven natürlich ist der beste Spieler hier. Ja. Da 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 da! Tup Tup! Ich bin blind. Nochmal blind. Ich bin tot. Wo laufen die lang? Ah, Wend. Einer ist mit. Bist du auch tot? Nee. Jetzt haben wir vorbeigelaufen. Ja, er ist irgendwie aus dem Rauch raus gelaufen und hat mich einfach easy peasy geholt. Einer ist über mir in der Garage oder sowas. 2 Band. Okay, P90 A war schlechte Idee. Soll ich wieder B machen, damit rechnet ihr die. Okay. Haben noch zwei Versuche. Alter, warte. Ist A oder? Ja. Ja. Das ist halt krass. Ja, mit dem Steps ist doch scheiße dann. Ach, scheiße. Ich bin einfach drauf. Ja. Ja. Kannst du was testen. Wir haben noch, wir haben noch eine Runde. Ach, das bringt eh nichts. Dank. Hallo. Scheiße. Schade, schade, schade. Ah, ja. Mitgenommen. Du musst mir legen und dann. Okay, wieder P90? Ja. Also, Joan Lehner hat überhaupt kein Geld. Oder hat schon gekauft? Hat schon gekauft, nur gemeint. Okay. Okay. Also, man hat unseren Plan erkannt und hat die Filme auch nicht gelegt. Ja, komm, bin nicht weg. Hast du aufgebogen, Junge? Ja, ich hab mich nur gedreht wegen Blending. Pass rechts auf. Okay. Nix. Oh. Wer haben wir? Ach, man. Jetzt krieg ich mir die Arme ins Gesicht. Okay, Sven. Jetzt müssen wir dann machen mit vier Leuten. Ach, Mann. Auf drei. Komm. Komm her. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Na, außen. Achso. Komm her, Sven. Pommes, Rückzug. Rückzug, Pommes. Jawohl. Ehrenrunde. Auf drei. Okay, warte, warte. Ich komm von der anderen Seite. Komm von der anderen Seite. Okay. Der will rechnen gehen. Ey, sie kommt von mir. Komm es, komm es, Hilfe. Auf drei, Sven, komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Nein. Oscar, jetzt auf drei, auf A. Zwei. Zwei. Oh, B. Oh, B. Alles klar, Sven. Okay. Messer die an, damit du schneller bist. Was? Oh Gott. Da könnte jemand stehen. Alles gut. Das geht. Okay, Sven. Auf drei. Du links rum, ich rechts rum. Rechts rum! Rechts rum! Schuss. Ah, der Name ist mad. Was heißt BH? Äh, Bürstenhalter. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nimm nur die Bombe, wenn du sowieso mad bist. Sag an, was du machst. Janik? Was? Wir haben krassen Skin, wa? Ja, aber echt? Ja, aber echt? Ja, die drei hier. Ja, die dritte. Ja, die dritte. Schön. Wollen rushen. Äh, vent rushen. Okay. Niemals auf uns zu laufen, ich merke es mir. Papa, 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 Papa. Komm. Ja, hat jedenfalls gut funktioniert. Ich habe mal das Fizz gekriegt, wenn ich hier bin. Aua, Janik! Aua, renn, 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 die kommt, die kommt. Okay, ich gebe alles. Ich gebe alles. Ich gebe alles. Janik ist, glaube ich, schon tot. Ich bin, ich bin da, Sven, ich bin da. Das ist mein Multiverse, lass ihn. Nimm, ich komme auch noch einer. Das war nicht so gut. Es wurde wieder begann. War deren, war deren Idee. Ah, ich habe wenigstens einen Kill gemacht. Ich habe auch nur einen Assist gemacht an unsere Mate. .... Was kann? Komm, vom. Du bist, ey. gekauft hat der plan oder wie eine ahnung aber es war kein guter plan außen hier bei dicks ich komme nicht weg ich war völlig überfordert wie kann ich mit der gesamtsituation nicht zurecht warte hat jemand hier ich kauf immer Nein, da nehm ich UMP, komm. Nein, mein Achtkamer wird geworfen! Mate, er blockiert mich! Immer durch! Feuerheiß! Rechtskloss, rechtskloss. Doch nicht. Heute rechts! Damit haben sie nicht gerechnet, aber ich bin tot. Jetzt sind sie nach links gegangen. Opa, pa, 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 pa. Schießen, schießen! Achtet auf das Fensterswind! Okay… ja die flieger ja der sind der kreis Karpel er kommt zu power dann auch dieser Punkt ja so macht man das wir haben gar nichts gemacht zu einem typen übelst angeschossen das war's feuer eingelaufen und blockiert es war nicht so schön easy peasy das feuer hat wegetan wir machen es ich muss reintappen man nicht was klappt hat geklappt ok ich bin fast tot noch einer ich bin tot verdammt einer kommt von hinten ich hatte leider zu viel schaden ja du wolltest doch den weg ja ich muss gar nicht was du meinst hä, weg was heißt das ok einer kommt Richtung Eislitur hinter wo der noch herkommt Orang-Utan ja der ist krass alles gut von der Zeit her knapp stirb Orang-Utan geil ok sieg für die Terroristen gut brauchst du mir immer Minusprozent egal was ich mache Dereck 94 wieder wie Minusprozent bei dir ja bei den Gewinnchancen ja das wenn du wenn du dein Ding siehst dann heißt das du bist da grad gestorben deswegen geht er da runter ach so genau bei deinem Tod geht er runter das ist richtig falsch das tut mir leid wenn man geht bei mir hoch wenn du killst was ok Sven ich bin blind weg mit dem schmutz ich konnte nicht schießen ich konnte nicht schießen fucking Teammate weißt du ich bin blind dann sehe ich grad wieder was und dann steht auf einmal ein Gegner und ich kann nicht schießen weil Teammac genau vor mir steht ne die Smoke war das B oder A? B ist geblendet B, B, B Aaaaah ja B, B der ist hier der krass Typ der noch lebt Orang-Utan Sven dann machen wir nochmal jetzt klappt's an ok aber mich diesmal bitte nicht blenden ja das schon jetzt getan so macht man das weißt du wir sterben easy peasy und die anderen machen die Arbeit genau da hab ich gepriegt weil es ist voll wehgetan hab ich gesehen ok so dann machen wir nochmal ja nochmal wo willst du dann? willst du jetzt nach B oder nach A? ne A ah ok wir machen erstmal den Shotgun geil fake aber wir flashen nicht vorne ok guck ich bisschen weg ok flash jetzt und jetzt wenn flash Pommes dann berechnet er nicht dann blend und jetzt machen wir die Tür wieder zu und jetzt machen wir ich sag doch mal ich stehe genau in der Ecke Renek du lebst doch oder? ja ok ich bin stolz auf dich jawohl ich hab am gelegt alles richtig getan in meinem Leben jetzt bin ich gar nicht da wo ich Kills gemacht habe es ist fucking Schmutz ich verstehe dieses diesen Fass nicht dann hast du keine Heldentaten gemacht so wie ich ein dupple Kill gemacht jaa du bist auch bester Spieler geworden wieso denn? ja aber ich war nicht immer in den Schock wer ist er denn? wer hat das so ein Ding über sich? ähm bei der anderen markiert nee ich will ich will die P90 Action hier haben ja und jetzt vielleicht Pommes damit rechne ich gar nicht ok Pass auf jetzt gehen wir hier lang genau fangen wir dazu oh Gott tu es auf hab noch reingeschossen ok ok das tut ich bin aber auch fast tot ja da ist noch einer ne auf der anderen Seite kommen wir mit 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 durch feil äh au wir müssen feil beschützen hier preis Sven wir müssen seine Bodyguards Sven ich bereue mich Bodyguards ja die sind schon der ist gut Sven ich komme ich komme ich komme ich komme Bodyguard beschützen mit 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 I can BAM okay ima fightン Follgeng wir sind Bodyguards ja ima 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 How's eigenlijk Ich hab doch die ganze Zeit Lara ja ich habe auch jemand ja ich habe mich umgedreht die vor uns geholt hat aber ich habe auf die geschossen auf den fall geschossen hat ja ich wusste nicht wie du meinst hinter uns kann so viele kann so viel bedeutung haben okay so wie gerade er ging ab egal wie immer wir machen es trotzdem hier ab geht's durch die links und ein fenster haben wir kommen haben wir nicht ohne ich bin da wo liegt die bombe wenn das so okay garage war die ganze die und übrigens er ist oben rechts bei dem a gewesen kommt kommt der smoke oder ich war okay du hast die tür zugemacht gut es ist der 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 orang utan okay wenn bei mir die tür alter natürlich war auch instant auf dem kopf ich will auf zeit schade 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 ja tut mir leid dass ich so schnell gestorben bin guck bei mir steht immer minus ich stehe nie da wenn der plus ist immer nur minus das kommt weil du so krass warst und das ist ein toten kopf ja wenn man jetzt ja weil die bei der tod einfach denn für uns war weißt du das sind die vom gegner die todes symbole das natürlich gut für uns das heißt wenn wir einfach die külter ist immer eins das heißt noch mal so aus wir werden sterben ja aus jetzt dieser wp flash flash ich bin bei dir in der garage also das kann ich erzählen einer ist in diesem ich bin b b ich bin b b b b das ist tot aber unten rechts ich gehe hin der ist aber noch da ist tot geil geil ja oh da kommt ein dach mach weg ah scheiße hab die ja geil der andere war irgendwo oben die folge muss auf jeden fall hochladen selbst wenn wir verlieren auf jeden fall das ist fies er macht nichts machen das ist aber trotzdem fies okay sind wir durch? ja damit haben wir die nicht gerät einer ist oben hemmen zwei sind oben hemmen ok einer war Tor und hat mich geholt mit der Nevis na schade ok P90 gegen Nevis hat keine Chance zwei sind oben wieder oben im Ring 3 gegen 1 haben wir wieder gut gemacht ja geil ja geil was für ein Zug hier guck das an und guck den mal an man erkennst du vor seit wann wir Penalty-Zug machen oh man ey ja geil machen wir nochmal und vor allem wir spannen richtig viel jetzt machen wir das über Bs ok 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 mach das ich komm mit attacke ich hab keine krass Waffe alles gut du schließt aus der Ferne dann da wo wir nicht hinkommen da wo wir nicht hinkommen gehst du hin alles frei alles frei rechts ab ins Fenster weiter gehts warte 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 du bist zu schnell ok ok ich hab ne das Runde gedreht Aua 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 ich komm Hila Tabi Hila Tabi Hila Tabi das war da oben am Mutan Jaaaaa waren wir oben oder unten geplantet ich weiß es nicht unten wo helf ich bitte P90 Ich! Machen wir einen Katarble? Gleich. Muss ich auch nicht. Ah, links oben, links oben, links oben. Ok, ich mach ihn. Slow. Glaub ich. Ja, Janik! Ja! Oh, wohne rechts, wohne rechts! Oh! Ich weiß! Janik, geh nicht in die Luft! Wuuuh! Fürs Team! Wir wollen ein bisschen spielen! Alles klar nochmal. Ein Aims ist so schlecht die Runde irgendwie. Was soll ich denn sagen? Ich bin zufrieden. Ich will nicht die Runden spielen, hab ich das Gefühl. Ah! Wo kam der Orang-O-Teil auch immer so schnell hinter der Luft her? Ah, man hat die Bombay! Da ist auf jeden Fall jemand. Links! Ah, nein! Nein! Oswein! Oswein! Na gut, die Runde ist verloren. Wir haben euch nicht mehr. Da war er mit dem Zug. Und war er gegen vier. Ah, Sven! Drei gegen drei. Einer gegen drei. Einer gegen drei. Okay, vergiss! Ach, Mann! Schade, schade! Du verstehst nicht, Herr Arm. Das will... Ich hab wahrscheinlich nur einen Kugel getroffen. I don't know. Wollen wir wieder Arm mit der P90? Ich... Ich hab... Ich hab Echo. Wie? Du hast... Ich kauf dir. Ich kann auch kaufen. Ich hab auch ganz viel Geld. Ja. Musst du nichts holen. Wieso hast du denn Echo? Nicht die Waffe angucken! Laufen! Alles gleiche. Ich werfe außen ins Rennen. Außen! Okay, wir gehen außen, oder was? Ja. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind. Ja. Feuer! Brennt! Brennt! Egal. Tropfen durch. Genau. Dazu. Einer Garage. Wie machen wir? Einer außen, Heaven. Boom! Schade. Einer ist Heaven und dann außen. Einer ist in die Garage, in die Garage. Nein! Nein! Ich hasse den Orangen-U-Tan! Seine Füße, aber das war's dann halt auch. Ja, wir konnten wenigstens zwei mitnehmen. Ich habe einen Schwierter getroffen, glaube ich. Hinten, ganz hinten durch. Hinten, rechts. Außen, mate. Ich schaff's nicht. Dann schieß es auf die Füße. Er hat gar nicht geschaffen. Ach, ich bin scheiße. Äh... Leute. Schade, Schade. Ab der Schade. Alles drin, außer bei. Okay. Einmal legen, bitte. Oh, nee. Ist egal. Alles klar, wir haben kein Geld. Doch. wir machen das jetzt Pommes oder? ich weiß nicht alles klar beschützt mich alles klar geil ja der muss halt mal runterkommen ich vergiss es oh scheiße ich hab ne AK aufgesammelt ich wills gewett ok rauch welchen rauch war das? nein falsch ok ne ne was hat der für ein aim alles ist gut im besten aus SP90 lauf der bomb ist sticken down oh geil und jetzt können wir uns unentschieden jawohl das erste ich glaub das ist das allererste ja fuck du hast das gemacht? falsche Waffe gekauft was? nicht eh 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 was er nur um Pp geil das erste mal dass ich ein vollwertiges Team mitglied bin ja ich sag mir noch mal eine OP auf wirst du nicht kaufen oder was? ja doch aber ich wollte mir das Geld sparen für schlechte Zeiten weißt du das ist die letzte Runde? ach ja schlechte Zeiten du bist nicht weg du bist nicht weg du bist nicht weg du bist nicht weg Waffe jaaaahhhhhh ok da sind zwei links noch jo ach jetzt hab ich gewartet nein ok einer ist noch B da waren drei oh ausstarten hey aber trotzdem geil auf jeden fall noch ist nicht vorbei ich glaube ich nicht ich habe ich meine oha ein bord er weiß wo er sitzt Nein, der hat er nicht. Nicht so. Aber er hat die Bombe. Ja, das ist alles, alles erzählt. Oh nein, der will ab! Da, renn, renn, renn! Nein! Komm, weil wir nicht stehen! Vielleicht ist der Spieler der Welt. Komm, einmal, ich werde mit mir raus, ja. Oh mein, schade. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Nee, darf ich reden? Kriegen alle von mir im Gegend. Machst du Tode? Ja, wohl! Beste Runde meines Lebens, aber ich krieg's, ob du klickst. Volltreffer! Als Artur nippt der ganz unten im Score, oder sagt easy, obwohl der das Nerven-Team hatte. Okay, ich bin jetzt Heldwebel-Rang 9. Ich auf. Oh, ich bin jetzt Silberlite. Ich glaub, ich werde nicht schlechter wie Silberlite. I got my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from the game. What'd you say? It ain't nothing but heartbreak and dedication. Quick complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from- Vielen Dank.